Hallo Leute, Rayspac, das habt ihr wieder eingeschaltet habt. Danke nochmal an die, die heute alle beim Livestream dabei waren. Jetzt gibt es ein Video von Lehrern, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Nummer 1, der Normale. Ob man die Arbeit gut? Selbst sich gefaxt. Nummer 2, der Nette. Warum habe ich eine 3 Motte? Das ist eine ganz einfache Erklärung. Du hast fast keine Aufgaben richtig gehabt. Und jetzt bitte auf den Platz zurück, danke. Nummer 3, die Nette. Warum habe ich eine 5 in Sozialgründe? Weil du keine Aufgaben richtig hast und... Jetzt wächst mich gefälligst! Weil die wegligen Kinder! Der Unaufmerksame. Nummer 4. Oh, vielen Dank, Lehrer. Ich habe eine Einzelmatte. Hä? Das ist ein Mist. Nummer 5. Der Gewaltsame. Darf ich früher Pause haben? Komm mal mit. Seid ihr drin? So Leute, das war es mit dem Video. Danke auch an Elias, der so nett war, bei dem Video mitzumachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne machen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Und ciao! 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 Ciao!